Und wir wünschen euch noch einen Rock des Lieders und Vorder-Neuer-Auflaut bei der Lokomus-Tree, die Reihe! Also, die Mahlis für die Erklärung der Jungs und mich ist das erste Mal bei der Ninox im Kanzel. Er hat einen Signature-Trick im Gepäck. Und wenn er den raushaut, den eine Glocken und nämlich mit dem riesen Ninox komplett vor dem Vorderrad, dann müsst ihr auslassen. Das macht sonst kein einziger Fahrer auf der ganzen Welt. Und jetzt heißt es die Besprüche plus Dumb-Dub für Erdogo, den Crazy Man aus Spanien. Und jetzt ist das erste Mal bei der Ninox im Kanzel von der Lokomus-Tree. Und sieht am Anfang direkt schon mit dem Fettel aus der Kiste. Der Body über die Super-Ticker-M und alles noch im Gepäck für der Lokomus-Tree. Der Body über die Ninox im Kanzel von der Lokomus-Tree. Und mal schauen, ob jetzt schon sein Signature-Trick kommt. Volle Tick! Übers Bicke! Zu Rock-Solid! Zu Nova Atlantic! Also! Zwei, drei Dickel-Koppos hintereinander! 40 Sekunden noch! Und noch eine Stunde! Let's go! Super-Man! 30 Sekunden noch! Aber! Wo bleibt sein Signature-Trick? Schaffe ganz genauer! Ich schaffe hier! Schreit das Ding Hamburg an! Wir können euch nicht hören, wenn auch die Zweite-Gruppe für Erdogo! Ein neue Klack sind mit Schamu! Vorne ist der Erdogo! Hamburg und mein Lobby sind ja gut in Spanien! Aus Antes sch sham... In den Kerlin있 val DO ! Standard von dem Aktien hier.. Blechart beut připrie Sache, In IAA für uns dasnelson Jeividades von Kantonko! Stürk, har du mal demanych? Wunsch! 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 Wie sieht's aus, mal ein bisschen Lärm für euch! So, pass mal auf, der Junge, der kommt aus Spanien in den Schwarzen, da haben die Zuschauer immer so 20.000, 30.000 weiße Taschentücher hier. Wenn ihr da oben an hier ankommt, dann könnt ihr runter auf die Holzen zu fliegen. Macht noch ein bisschen dafür, mach mal auf! Da oben auch, da oben auch, yes! Das ist nur die Qualifikation, das Vormacht hier! Und danach natürlich noch Hochschwung, das Finale. Noch ein bisschen dafür, davon uns nehmen die Weile! Der Mann, der da oben steht und natürlich auch seine Ergebnisse haben. Ich freu mich das natürlich auch! Natürlich hat er hier im Finale. Und ich hab so ein bisschen das Gefühl, dass wir hier in der O-Tour auch auf das Tele...